Wir sind gerade auf dem Weg zum Matheser Filmpalast, um den neuen Spider-Man No-Way-Home-Film zu schauen. Aber auf dem Weg trafen wir schon auf unser erstes Problem. Steckt der fest? Ja. Geht der nicht raus? Nee. Ja, keine Ahnung. Sollen wir ein bisschen fester ziehen oder... Funktioniert. Wir machten uns also auf den Weg Richtung Stachus und trafen dann auch auf das Kino, welches erstaunlich voll war. Timon holte sich noch ein paar Snacks. Und dann war es auch schon soweit. Freust du dich auf den Film? Ja, sehr. Ich war sehr gespannt. Auch glücklich, dass wir es reingeschafft haben. Und jetzt gehen wir in den Saal rein. Als wir in den Saal kamen, spürten wir die typische Kino-Atmosphäre. Auf den Sitzen machten wir es uns also gemütlich. Wo ist gerade Werbung hier? Magst du die Werbung? Es geht. Fandest du den Film? Der Fluss war wirklich... Überraschend. Überraschend.